Ich bringe Dallas mal zurück. Es ist mir lieber, wenn er hier rum campt, als wenn er da vorne verreckt. Danke, Sir. Ihre Einheiten werden in kurze Eintreffen, Sir. Soldaten an Bord, Sir. Brücke aus. Ja, ach hier. So, Soldat, hier. Transportpanzer hier, Sir. So, nehmen Sie eine Minenanlage ein. Sturm, Soldat, hier, Sturm, Soldat, hier. Wir werden uns sofort aus Melken, fern. Sturm, das ist dabei, da. Ein, zuerst. Transportpanzer erwartet, Befehle. Wie lautet Ihr Befehl? Wir werden uns sofort aus Melken, fern. Sturm, Soldat, hier. Soldat, bereit. Ich werde mir noch mehr Mühe geben. Brücke aus. Juppt er hier und Juppt er da. Gebe Koordinaten ein. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Brücke aus. Ah. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Transportpanzer erwartet Befehle. Meine Fresse. Was ist das denn? Sturm, Soldat, hier, Sturm, Soldat, bereit, Sir. Es wird mir eine Ehre sein. Wie Sie wünschen, Sir. Ja, Sir. Wint, zu spüren. Soldat, bereit. Laserverbrennung. Die sind gerade nicht irgendwas nochmal draufgegangen. Woher wollen Sie die Fracht geliefert haben, Sir? Ich hätte wenigstens noch einen von Ihnen töten können. Was, Saga. Sturm, Soldat, ab, hier. Kommunikationskanal auf. Einsatzbereit. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Okay. Okay, so, 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 so. Ich werde jetzt vier Transportpanzer füllen. Ach ja. Wie konnten die überhaupt tropen anfangen bei der Enge? Transportpanzer bereit, Soldaten aufzunehmen, Sir. Dallas Tentor hier. Ich mache mich auf den Weg. Transportpanzer hier, Sir. Transportpanzer erwartet Befehle. Sturm, Soldat, vier. Transportpanzer erwartet Befehle. Es gab doch irgendwo noch einen Key. Ach, egal. Damit man auch noch die Landefähren anwählen kann. Transportpanzer erwartet Befehle. Wie heftig sind die Rebellen? Transportpanzer erwartet Befehle. Dallas Tentor hier. Geht in Ordnung. Brücke aus. Ich glaube, ich fange Dallas mal zurück. Transportpanzer erwartet Befehle. Es ist mir lieber, wenn er hier rumkämmt. Als wenn er da vorne verreckt. Danke, Sir. Ihre Einheiten werden in Kürze eintreffen, Sir. Soldaten an Bord, Sir. Brücke aus. Ja. Ach, hier. Ja. So, nehmen Sie eine Minenanlage ein. So, nehmen Sie eine Minenanlage ein. Gebe koordinaten ein. Zielgebiet voraus. Sturmsoldat hier. Sturmsoldat hier. Wir werden uns sofort aus... Sturmtastgebäude. Sturmtastgebäude. Transportpanzer erwartet Befehle. Wie lautet Ihr Befehl? Wir werden uns sofort ausmelden, Sir. Sturmsoldat hier. Soldat bereit. Ich werde mir noch mehr Mühe geben. Brücke aus. Jüpfte die hin, jüpfte da. Gebe koordinaten ein. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Brücke aus. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Transportpanzer erwartet Befehle. Meine Fresse. Was ist das denn? Sturmsoldat hier. Sturmsoldat bereit, Sir. Es wird mir eine Ehre sein. Wie Sie wünschen, Sir. Ja, Sir. Und zu spüren. Sturmsoldat bereit. Laserverbrennung. Die sind gerade nicht irgendwas nochmal draufgegangen. Wohin wollen Sie die Fracht geliefert haben, Sir? Hätte wenigstens noch einen von Ihnen töten können. Was sagen wir? Sturmsoldat hier. Kommunikationskanal auf. Einsatzbereit. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Okay. So. So. So, 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 so. Ich werde jetzt vier Transportplans erfüllen. Langezonen schreit zu sein. Koordinaten der Landezone programmiert. Ach ja. Wie konnten die überhaupt tropen anfangen bei der Enge? Transportpanzer bereit, Soldaten aufzunehmen, Sir. Langezonen schreit zu sein. Langezonen schreit zu sein. Ich mache mich auf den Weg. Transportpanzer hier, Sir. Transportpanzer erwartet Befehle. Die Dome soll da abheirat. Transportpanzer erwartet Befehle. Ja, und eine Ladung AT-STs. Landung 15. Zum Beschutzen, genau. Zum Beschutzen. Ja, zum Schutzen. Ich bin in Kürze dafür. Ich kann noch 15 Truppen anfordern. Das heißt, das ist kein Problem. Also auch hier 45 von 60. RTPT wartet auf weitere Befehle. Ach, ist auch egal. Ich denke immer, das Ding raucht und es explodiert gleich. Ich bin in Kürze. Ich bin in Kürze. Ich bin in Kürze. Ich bin in Kürze. Warum hat eine Landefähre eigentlich so ein Riesenleuchten? So eine Riesenlampe. Anfrage abgelehnt. Okay. Ok. Landung ist möglich. Für einen oder zwei haben wir, glaube ich, noch Platz, Sir. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. So soll da abheirat. Wie lange wird Ihr Befehlen? Danke, Sir. Na gut. Auflehnkampf für Flügel? Na ja. für den Imperator und den letzten Tellerpasta So, das wird eine fette Offensive Ich hoffe, es überleben noch genug Soldaten, um die Gebäude zu besetzen So, das ist Kommando-Trupp 1 Das ist, hab ich den nicht geil gepackt Kommando-Trupp 2 Die können sich komischerweise klein formieren, wohingegen die das nicht können